Feuchtepanne vor Publikum. Heiße Nässe an den Beinen. Janine liebt es von ganzem Herzen zu singen und schließt sich erfreut einem Gospelchor an. Bei einem Auftritt wird sie unglücklicherweise von ihrer extrem vollen Blase gequält. Es kommt zu einem peinlichen Missgeschick, bei dem nicht nur ihr Slip, sondern auch die Nylonstrumpfhosen erheblich eingenässt werden. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage